Wir sind heute in Schäffau am Wilden Kaiser und ich darf euch hier eine sehr schöne 82 Quadratmeter große 3 Zimmer Mietwohnung in einer traumhaft schönen sonnigen Panoramalage präsentieren. Ihr werdet jetzt begeistert sein. Starten wir mal los. Wir sind hier im Wohnbereich. Die gesamte Wohnung ist sehr hell und lichtdurchflutet. Wir haben Ausrichtung Osten, Süden, Westen. Die Wohnung ist komplett möbliert. Man könnte alles übernehmen. Fernseher, Couch, Esstisch und was einem nicht gefällt, kommt weg. Ist mit dabei bei der Wohnung, also muss keine Ablöse bezahlt werden oder sonstiges. Kann genauso übernommen werden. Küche mit allen Geräten, was man so braucht, sind vorhanden. Geräte von der Firma Siemens. Wir haben einen großen Kühlschrank, dann Schirrspüler, Herd mit viel Stauraum und Arbeitsfläche. Die Tolle ist, ich zeige es euch schon mal, wir kommen einmal von hier direkt auf die Terrasse und auf den Garten. Es ist alles schon da. Wir haben den Rasenmäher schon da, Gartengeräte und jetzt kommt es gleich. Die Aussicht ist natürlich fantastisch. So, da gehen wir vom Wohnbereich raus. Wir haben hier eine großzügige Terrasse und sehr sonnig und auch schön ruhig. Wir haben da einen wunderschönen Ausblick auf den Brandstadl, unseren Hausberg. Im Sommer haben wir da die Kaiserwelt und im Wintereinstieg in die Skiewelt Wilder Kaiser, Brixental. So, da haben wir einen großzügigen Garten und Terrasse. Jawohl, also viel toller, glaube ich, kann man es nicht haben. Wir haben hier elektrische Markise. Die Wohnanlage ist überschaubar, also kleine, feine Wohnanlage. Und man ist drei Minuten zu Fuß im Zentrum von Chef. Also, das ist natürlich auch toll. Jawohl, so schauen wir hier aus. Also, großzügige Terrasse und Garten. Dann Essbereich, Wohnzimmer, was wir schon gesehen haben. Und unsere Küche. Dann, kleine, feine Speise ist noch mit dabei. Also, wie gesagt, klein ist jetzt eh der falsche Ausdruck. Schöne Speise, großzügig. Jawohl. Dann, das ist jetzt der Eingangsbereich. Das Tolle ist, wir haben hier das WC schon angeordnet. Wenn man reinkommt, dass man direkt, wenn man Gäste hat, auch, dass niemand ins Badezimmer muss. Dann, wenn wir hier reingehen, haben wir links. Erste Schlafzimmer. Jawohl. Ausrichtung in Ordnung, also man hat das ganze Jahr kühl. Die Couch könnte schon hierbleiben. Und das Regal, wenn man es wünscht. Dann, großzügige Kasten mit viel Stauraum. Und zweites Schlafzimmer. Das ist ein bisschen größer. Könnte man, genauso wie es ist, eingerichtet übernehmen, wenn gewünscht. Und sonst kommen die Sachen raus. Auch wiederum mit Fenstern. Dann kann man im Sommer, wenn es warm ist, mit gekippten Fenstern schlafen. So, schön ruhig hat man es hier. Dann haben wir hier ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschtisch und es werden auch schon die Waschwischen getan. Beim Ding ist es so, Waschtisch, den haben wir jetzt ein Neuer. Da kommt ein Neuer hin, nur dass wir das sehen. Jawohl. Und eine schöne Dusche. Genau, so schauen wir beim Bad aus. Ja, fassen wir die Wohnung zusammen. 82 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben Fußbodenheizung. Wir haben eine sonnige, ruhige, schöne Lage. Von der Früh weg bis spät abends haben wir Sonne. Zu dieser Wohnung gehört noch ein Autotiefgaragenparkplatz dazu. Wir haben Autoabstellplätze im Freien. 9 Quadratmeter großes Kellerabteil. Allgemein Raum zum Wäscheaufhängen. Fahrradabstellraum oder fürs Motorrad, was wir auch immer haben. Wenn wir Interesse zu dieser tollen Mietwohnung in Schäffer am Wilden Kaiser geweckt haben, freuen wir uns wieder auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.